So meine Freunde, nachdem ihr euch an dem super profimäßigen Intro erfreut habt, hier etwas zu zeigen. Davon annähert man sich heutzutage. Sonderangebot? Bei Etto? Eigentlich ist das Zeug ja total giftig. Wenn man das trinkt, kann man nicht so lang durchmachen. Aber eigentlich sollte man von dem Konsum absehen. Trinken kann man es überhaupt nur, wenn man es damit verdünnt. Das ist übrigens kein Alkohol, das ist Reinigungsmittel für Messer und ähnliches. 1.5 1.5 2.5 3.5 5.5